So, hab ich dich wieder ausgemacht. So ein Schiedrahmen. Ich hab das die ganze Zeit gelabert, gelabert und gelabert und der war ja aus. Naja, egal, hab ich's wohl für. Ja, ihr wisst nicht mehr, was ich erzählt hab, logisch, aber ist auch egal, weil ich steh jetzt da drin, in dem Mobil-Dings da, ne, und immer noch Baujahr 78, aber das regnet voll heftig. Opa, das Ding ist klasse, nicht? Ich hab mich einen Tropfenwunder. Ja, ja, also auf jeden Fall, der muss in Zügen, weil der verrosselt hier noch total. Ja, und das war ja, glaub ich, auch die ganze Zeit draußen gestanden, jetzt ist der total verrosselt. Und der muss ganz schnell in Zügen. Und ich werd ihn da runterbringen. Und mit euch zusammen würde ich gerne, würde ich gerne was starten. Und zwar ein Adventure-Team, wo ihr selber mitbestimmen könnt, was mit dem Ding passiert. Und ich werde ihn da runterbringen. Also meine Idee, na gut, dafür muss ja eben, der Film muss ja irgendeine Story haben. Meine Idee ist, ich will jetzt so Kali, Kali, Burma Kultu. Und das ist so ein Typ, der kommt aus dem Zirkus. Ja, und eigentlich ist er Franzose, aber schnappt sich auch nochmal ein bisschen die ganze deutsche Bürokratie mit. Und ich geh dann aber wieder in Frankreich sein Ding machen. Und sehr guter, sehr guter Mensch, auf jeden Fall. Jo, zu dem will ich hin. Der hat einen YouTube-Kanal. Ich glaub, Kali, Burma Kultu. Ich kann euch das dann noch genauer reintickern. Ja, aber das Nähband ist so scheiße geil. Es regnet, ich kann voll... Ich muss mal gucken, ob der überhaupt drauf nimmt. Ja, diesmal nimmt er auf, der blinkt die ganze Zeit. Gute Sache. Ja, ja.